Frevit Dry Milling – weltweit Ihr Partner für Mahl- und Siebsysteme in den Bereichen Pharma, Lebensmittel und Feinchemie. Die patentierten Siebmühlen der Baureihe Oszillowit eignen sich besonders für enge Kornspektren ohne Feinanteil und sind in den Größen Oszillowit 3 und Oszillowit 6 erhältlich. Der Rotor der Oszillowit kann wahlweise oszillierend oder rotierend arbeiten. Dank der stufenlosen Einstellmöglichkeiten wird das Produkt schonend und bei minimaler Wärmeentwicklung zerkleinert. Die Oszillation mit überlagerter Rotation für eine hohe Betriebsdauer ist weltweit einzigartig und patentiert. Ein Plus für anspruchsvolle Vermahlung in der Pharma-, Feinchemie- und Lebensmittelindustrie. Über die von außen zu bedienende Einstellmöglichkeit kann der Rotorsiebabstand stufenlos genau und ablesbar angepasst werden. Auch in Hinblick auf Bedien- und Wartungsfreundlichkeit setzt die Oszillowit mit der großen schwenkbaren Fronttür neue Maßstäbe. So lassen sich beispielsweise Rotor-, Sieb- und Stützwanne mit nur wenigen Handgriffen aus- und einbauen. Die Geschliffenen homogenen reinen Oberflächen der Oszillowit unterstützen den Reinigungs- und rückstandslosen Durchfluss des Produkts. Weiterhin erfüllt die Oszillowit die Vorgaben zur WIP-Reinigung, Wash-in-Place, sowie die Reinigung CIP und SIP zur Sterilisation. Freewit bietet Ihnen für jeden Einsatz ein großes Zubehörprogramm. Beispielsweise können auch Siebeinsätze mit starrer Stützwanne oder direktem Siebspanner eingesetzt werden. Die Triclamp-Anschlüsse am Ein- und Auslauftrichter ermöglichen eine nahtlose Integration in Ihre Prozesskette. Nutzen auch Sie die zahlreichen Vorteile der Oszillowit. Sprechen Sie uns an! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017